So, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt in Battalion Frontier. Äh, Battalion Frontier. So. Oh, Panzer. Maulwürfe. Ich dreh durch. Äh, Alter. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Aus SMB3. Äh. Oh Gott. In SMB3 gibt es diese Level. Ungefähr genau so. Ähm. Auch mit Panzern und so ein Gedöns. Und das war die Hölle. Das waren die schwersten Level des Spiels. Und ich glaube, das wird mir hier auch wieder fahren. Darf ich hier runterfallen? Ja, darf ich anscheinend. So. Die Dämpfe darf ich nicht berühren. Oh Gott. Die Musik ist auf jeden Fall geil. Gib mir den Checkpoint, bevor irgendwas mich trifft, was mich töten kann. So. Dankeschön. Ich empfinde das Scrollen als sehr angenehm, weil es schnell ist. Ja. Ich empfinde schnelles Scrollen als angenehm. Solange es nicht zu schnell wird. So. Die wollte ich dann doch noch haben. Und die Maulschüssel würde ich gerne aus dem Level gescrollt haben. Weil nicht so gut, wenn die... Oh Gott. Okay, das war geplant. Das ist ein Totenkopf mit A3. Das heißen soll, drei Gegner getroffen. Okay, die da unten will ich haben. Mies wäre jetzt noch, wenn der Dampf noch neu kommen würde. Okay, ich schaffe nicht alle. Keine Chance. Hauptsache, da Maul ist es dran verreckt. Ach, das ist eine miese Stelle. Geht da irgendwo rein. Irgendwo? Nein. Okay. Vier Sterne. Okay, gehen wir mal rein. Oh, gibt's da die Münze? An den Secret. Okay. Secret oder richtiger Weg? Wahrscheinlich richtiger Weg, wa? Mhm. Toll. Okay. Mist. Die Münze hätt's dahinter gegeben. Das ist ja nett. Wahrscheinlich kann man sich noch aus dem Level raus scrollen. Also sterben. Wenn man nicht schnell genug in die Röhre kommt. Ich müsste für dich das jetzt dem Level zutrauen. War's das schon? Nee, da kommt noch einiges. Okay, Jet Airship. Jetzt kommen so Airships auch noch. Hallo, ihr drei Maulwürfe. Ist ja schön, dass ihr da seid. Schön, dass es euch gibt. Und nicht. Man muss ihn ja scrollt. Nein. Hau ab. Mann. Tag, Knarre. Und lass deinen Maulschlüssel da stecken. Du auch. Und du auch. Und du auch. Und du auch. Und du ebenfalls. Und du. Und du. Und es scrollt schnell. Hab ich gerade gesagt, ich empfinde das jetzt angenehm? Ja? Hab ich gesagt. Fuck. Okay, die lassen wir. Shit. Damit hab ich nicht gerechnet. Okay, nochmal. Das war nicht so toll. Nein, nein, nein. Aber es ist auch schön, wie du hier noch so eine schöne Aufwärmphase kriegst. So von wegen, ja, wir fangen mal langsam an, Mann. Und dann. Schießen wir dir in den Nacken, damit du keine Pilze mehr hast. Und dann. Hauen wir dich voll kaputt. Und ich will das Leben haben, was es hier geben könnte. Gibt es aber nicht. Zu wenig Gegner. Gäbe es sogar doch. Wenn man die letzten beiden Gegner noch getroffen wird. Ich weiß nicht, ob der hilft. Ich nehme mir in Einvermeister einfach auch einen Hit für den Anfang. Und so. Und so. Was gibt es denn hier? Eine Blume. Okay. Ist, glaub ich, besser. Für die Kugeln jetzt nicht so. Aber für die Maulwürfe. Denn, die kann man mit dem Feuer treffen. Und das könnte sehr praktisch sein. Äh, das ist eklig. Ja, ist okay. Ich will. Okay. Ist das wieder so eine Ruhephase hier? Christen-Item? Ja, Christen-Item. Dankeschön. Dankeschön. Aber gut, dass ich den blauen Switch Palace gedrückt habe. Das ist sehr gut. Und den grünen. Und den roten. Und den gelben roten. Und den gelben bunten. Und den bunten. Äh, das ist. Die großen Kugeln sind die ekligsten. Die auf einmal so. Genau die. Einfach so ins Bild scrollen. Und dann einfach mal. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. Ich, äh, schieße dann mal. Auch schön. Also ohne Switch Palace wäre man hier echt aufgeschmissen. Muss ich ja mal sagen. So, rein da. Da war irgendwo bestimmt die Münze versteckt. Ich gehe mal davon aus. Heppa. Ach du Scheiße. Ja, da unten ist bestimmt irgendwo die Münze versteckt. Oh, fuck. Gemeine Sache. Gemein. Okay. Okay. Noch ledig. Da ist die Münze. Die nehmen wir jetzt nicht mit. Das ist mir zu eng. Aber wir haben sie gesehen. Hei. He. Öpa. Okay. Okay. Ich mag ja so schnelle Level. Das ist irgendwie lustig. Ich mag das. Oh Gott. He. 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 Und. Nein. Wieso hat er den nicht gekriegt? Nein. Fuck. Mann. Bin ich falsch auf die Schraube gesprungen. Und er hat sie nicht erwischt. Und dann bin ich gestorben. Gib mir den Pilz. Komm schon. Danke. Scroll wieder schnell. Bitte. Ach, da kann man noch stehen. Okay. Zu wissen. So. Die kennen wir. Die kennen wir auch noch. So. Jetzt müsste ich mal wieder ein bisschen Force-Growling messen. Könnte ich mir die Münze holen. So. Hab aber einen Maulschlüssel dafür im Bild. Das ist nicht so toll. Okay. Okay. Der Maulschlüssel ist weg mittlerweile. Okay. Die müssen wir richtig treffen. Sonst ist es vorbei. So. Und nochmal. Super. Munze. Oh fuck. Nein. Das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Dann muss ich auch genug Vorlauf haben. Sonst wird das nix. Kacke. Also gegen Ende zieht das doch gut an, ne? Muss ich ja sagen. So am Anfang hier bin ich so ein bisschen durchstolziert. Und nur ein paar Dummheiten gestorben. Ich meine das sind jetzt auch Dummheiten. Aber das sind schwere Dummheiten. Weil Level schwer. Oder so. Ist eh nur eine Ausrede. Ich bin schlecht. Nein. Gerade hat das besser funktioniert. Lassen wir diese Münze einfach Münze sein. Ich weiß. Ich kann sie bekommen. Aber ich will sie nicht mehr. Ich will sie einfach nicht mehr. Ich werde es bereuen. Wahrscheinlich werde ich es bereuen, weil es am Ende irgendwas für alle Münzen gegeben hätte. Und ich mir auch noch Sachen von den Münzen gekauft habe oder so. Ich glaube aber eher die ganzen Secret Exits werden mehr gewertet. Weil man am Ende ja auch gesagt bekommt, dass man alle Exits hat. Ich hoffe die Münzen sind unrelevant für, oder irrelevant für den ganzen Kack hier. Okay. Okay. Ja. Müssten wir gleich wieder da sein, wo ich verreckt bin. Ja. Jetzt kommt die Stelle. Die eigentlich auch ganz lustig ist. Die aber ruhig fließender verlaufen könnte, finde ich. Okay, die Münze wollen wir mal nicht haben. Hui. 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 Oh. Das ging jetzt ganz flott. Okay. Äh. Okay. Okay. Ähm. Ich will das Leben haben. Ja, möchte ich. Moment. So. Dankeschön. Einfach nur weh, um meinem Stolz wieder gerecht zu werden. Um mein Stolz wieder herzustellen. So. Ich möchte mein Leben zurück. Äh. Okay. Wie viele Level gibt es hier wohl? Nicht so viele, glaube ich. Obwohl, man kann da bestimmt noch hochhüpfen. Burnstone Flow Walls. Falls. Lava. Das ist nicht so geil. Nein, das ist gar nicht geil. Äh. Bob-Omp. Hör mal auf. Ach, die Plattformen soll nicht weg. Ich ahne Böses mit dem Bob-Omp. Ich habe es gesehen. Ich habe es genau gesehen. Da kommt Lava hoch. Ihh. Das ist ja auch eklig. Äh. Ihh. Die Dinger sind ja voll schlimm. Also, diese absenkenden Plattformen. Und das ihr Feuer spuckt, ist auch ätzend. Eigentlich ist ja alles. Kannst du mal abpauen. Dankeschön. Ähm. Möchte ich die? Nein. Fuck. Was zur Hölle. Ist gar nicht heiß oder so. So. Was? Wie komme ich denn? Ach so. Oder rechts geht's? Oh Gott. Das ist aber ein dummer Sprung. Gefährlicher Sprung vor allem. Wuh. Was? Irgendwie hat der nicht so gefedert, wie ich verhofft habe. Wie ich es mir verhofft habe. Oder so. Verdammt. Machen wir mal einen bunten Mario. Ein Sternchen Mario. Und ich glaube ich, äh. Ach so, ich hatte ja einen Check. Point. Point. Da hilft doch kein Stern, wenn man in Lava fällt. So hitzeresistent macht der dann doch nicht. Aber ich hatte ja schon einen Checkpoint. Das hatte ich vergessen. Na gut. Dann wollen wir nochmal. Ganz gediegen da reingehen. Und uns diesen Pilz hier holen. Der gar nicht dumm platziert ist. Alter, ich hasse diese Notenblöcke hier in diesem Spiel. Ich hasse sie echt. Weil wenn man da in der falschen Millisekunde drückt. Ähm. Geht das nicht. Ja, ist okay. Ich, ist okay. Ich will die blauen Münzen gar nicht, Freunde. Hau ab. Ach, da geht sogar wirklich rein. Okay. What? Alle drei. Ne, das ist mir nicht weg. Ach so, die geht wieder hoch. Ach so, die Schalter haben die runtergedrückt. Okay. Ich dachte, die geht jetzt so. Die fährt runter und so. Von wegen, ich sage schnell genug. Ach, du schaffst es nicht. Blalalala. Okay. Und jetzt baut euch mal wieder zusammen. Hoho. Äh. Oh Gott. Nein. Dass Gegner die runterdrücken können, finde ich gar nicht geil. Darf ich das mal anmerken? Das Ziel. Nicht sterben, Mario. Oh yeah, Mario time. Mario. Mach keinen Scheiß. Mann. Schloss. Schlösschen. Gibt es da oben noch weiter? Factory Tower. Ich weiß nicht, ob es da oben weiter geht. Ich mache das Level noch. Laufbänder und Stacheln. Das ist doch eine geile Kombo. Das ist die geilste. Was? Hallo, Ranke. Ich folge dir mal. Vielleicht hast du eine Münze für mich. Ja, hast du. Und eine kleine Abkürzung sogar. Das ist ja eklig. Oh Gott, ich wollte sagen, gib mir doch mal einer einen Power-Up hier. Und ich will es wenigstens etwas aushalten. Oh, Power-Up. Ach nee, ein Springboard. Ja, das ist natürlich sehr gut. Man muss hier einfach rechtzeitig springen. Ja, noch mehr. Mehr Stacheln bitte. Tut mir die Kette weh? Nein. Okay. Ich war mal kurz unsicher. Ah, das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Nein, das ist auch eklig. Jetzt schnell den Time da ausnutzen. Oh, je, je, je. Da käme man rein, wenn man klein ist. Sowas finde ich ja mal gemein. So. Oder nicht? Ja, käme man wahrscheinlich. Ja, käme man. Ey, das ist ja auch bar. Ibar, fui. Hä? I see what you want. Ha! Okay, jetzt wollte ich auch noch, dass ich mir Wege freisprengen. Ich hätte links lang gemusst, ich weiß. Aber ich will jetzt die Zeit sparen. Äh, Moment. Okay, da komme ich nicht rein. Ach ja, natürlich. Natürlich wollt ihr mich jetzt noch hier ärgern. Wir sind hier über kleine Röhren. Das ist ja eklig. So, Moment mal. Ja, mach halt nicht auf. Mist. So war das nicht geplant. So auch nicht. Ich will da rein. Wieso passt das nicht vom Timing? So. Geht doch. Geht doch alles. Ah, warum wollte ich hier rein? I. I. Ja, I. Okay, es geht schlimmer. Ah, da unten geht es schlimmer. Äh. Äh. Ike. Ikke. So, lass mir da rein. Puh. Wie ist es, habe ich die letzte Münze? Huch, da kriege ich dann ein Turbo. Ich hoffe, ich brauche da oben, ich brauche da oben, ich brauche da oben doch einen Bockbomb. Ah, ihr wollt mich doch alle ärgern. Perfekt. Dankeschön, ich will da rein. Ich will da rein. Danke. Passt doch. Mehr wollte ich gar nicht. Pauau. Okay, es ist Mario-Zeit. Komisches Schloss, da war gar kein Boss jetzt. Fällt mir gerade so auf. Da huck, da fuck. Hm. Ja. Oh. Es gilt aber als Boss. Hm. Kommen wir da hin. Malt. Herrschipp. Ja, das machen wir dann in der nächsten Aufnahme-Session. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.